Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Bus Simulator 2021. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So, Türen zu. Finken hat mal wieder nichts genutzt, sehr schön. Keine extra Punkte für uns. Acht du jemine, ist das, what the heck, das ist die 16, da waren wir gar nicht, wir müssen geradeaus weiter, okay. Wollte schon gerade sagen, hä? So, das war noch, äh, Apfelkühn. Ja. Guck mal, die Prusettestelle hier ist doch wieder genauso bekloppt gesetzt hier. Boah. Echt jetzt? Das ist doch Müll. Immer wieder schlechte Halteposition. Total doof. Seid mal schön hinten ein. Ich hab auch keinen Bock auf euch jetzt. Ich bin schon spät dran. Wow. Nice. Freut mich. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit wieder drin. Und gleich wieder nicht mehr. Ich muss kurz warten, bis die Haltestelle da ist. So, hat der jetzt aufgehört, da? Wahrscheinlich ja. Ja, oder weil der aussteigt. Ja, nochmal ein grünes Sternchen für uns geworden. Aber naja. Wir liegen gut in der Zeit. High School East. Sehr schön. Und wieder so ein Kurven-Ding. Äh, es ist doch unglaublich. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich wirklich einen anderen Boss nicht gehen hier. Das ist ja schlimm. Schlimm. Guck mal, wenn du die Kurve ganz schlecht nimmst, kommst du hier überhaupt nicht rein. Ja, du konntest dich entscheiden, wa, Omi? Aber es fahren irgendwie kaum welche mit. Gut. Fahren wir mal hier rum. Alter, wie viel Fußgängerüberwege gibt's hier? Das gibt's. Gibt's doch nicht. Ist völlig unnormal. Hi. Hi. Gut. Das weiß ich auch nicht. Boah, die parken wir in Autos hier. Ein Traum. Der kennt's nicht. Okay. So, jetzt sammeln wir mal da. Habe ich eine gültige Fahrgarten? Bitte. Da muss ich echt noch weiter vorfahren, oder wie? Damit ich mir eine gute Fahrgarten im Garten meine Eltern muss ich so bekomme. Boah, geil. Erdbeerkuchen. Hör mal auf. Ich krieg mal Hunger jetzt. Ich kann auch mal wieder so eine Erdbeer-Torte machen, oder so. Das Kronk. Hoffentlich kommt kein Kronk. 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 Ja, du musst echt weit vorfahren, damit du hier eine gute Halterposition bekommst. Eine perfekte ist wahrscheinlich echt schwierig bei so einem langen Bus. Oh, Omi noch reinlassen da hinten. Okay. Aber wir sind gut in der Zeit. Sehr gut in der Zeit sogar. Boah, wir haben vier Minuten 36. Wo haben wir denn so viel Zeit gut gemacht, Herrgott? Das ist ja unglaublich. Einmal hier rum. Boah. Das ist schon die nächste hier, ne? Wir sind viel zu früh. Aber ich glaube echt, mit dem Bus musst du keine Rollstuhlfahrer mitnehmen, weil der nicht... Der kann keine Rollstuhlfahrer mitnehmen. Wir hatten nicht einen einzigen davon. Große Reise, lange Reise. Hey, fahr mal dazu. Boah, wir sind viel zu früh. Okay, ich werde nächste alte Stelle mal gucken, dass ich... Da mal abwarte. Wobei, es glaube ich, es macht auch nichts. Es ist kein Unterschied. Also es zählt trotzdem. Es sind aber auch viele Haltestellen, du. Es ist nicht mehr aus meinem alten Schild. Es sind aber auch viele Haltestellen, du. Da haben wir eine Folge hier komplett voll, glaube ich. Unglaublich. So, hier müssen wir halten. Das ist die 15. Das passt. Perfekte Halteposition. Na, guck mal. Schön. Nur hin, bitte. Ähm, ja. Sehr gerne. Dann können wir mal ein bisschen Zeit rausholen hier. So, zwei, drei, 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 drei. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, kein Problem, Omi. 3, 20. Ähm. Danke. Ist auch ein geiler Bug, wenn du nicht mehr siehst, was du rausgeben musst. Haha. Schön. Aber naja. Hast du die neue Villa in Lakeview gesehen? Oh, schön. Ja, ist meine, weil ich bin Busfahrer. Ich kann mir jede Villa leisten. Das ist unglaublich viel Geld. So, wir müssen hier einmal rum, die Kiste. Und weil es so schön war, hier auch gleich nochmal rum. Ja, und jetzt stehen wir hier. Unsere Route ist eh außerplanmäßig. Also es finde ich irrelevant, ob wir zu früh sind oder zu spät da sind. Für zu spät gibt es allerdings rote Sterne. Für zu früh, glaube ich, nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber wir sind ja jetzt schon, guck mal, bei fünf Minuten plus. Also sechs Minuten plus, besser gesagt. Ach, das ist ja hier mit dem Minibus wieder. Boah. Gar keine Zeit hier. Ich glaube, die fahren auch gar nicht los. Glaube ich. So, das ist die Bushaltestelle 6. Die haben wir vorhin angefahren. Die brauchen wir nicht mehr. Entschuldige, bitte. Da bin ich nicht rumgekommen. So, an der fahren wir einfach vorbei. Und dann müssen wir weiter geradeaus. Hallo? Ja, hier ist James. Steht der Deal noch? Verstehe. Gut, wir sehen uns. Das ist aber auch nicht unsere hier. Wir müssen eine weiter. Schön stehen bleiben, Taxifahrer. Danke. Nein, falsch rum. Wir müssen hier rum. Boah, ist das anstrengend. Mit diesem Riesenbus hier. So, da gibt es wieder Geld. Money, money, money. 94.000, sehr schön. Ich wünschte, ich hätte heute Urlaub. Ich will unbedingt die neue Folge von Spring of Affection sehen. Na, guck mal, da machen wir jetzt die beiden Links noch voll. Noch zwei, ähm... Zwei Routen. Zwei Busseitestellen. Und dann sind wir durch. Oh, ist echt schön hier. Nice. Gefällt mir. Die Drift Square müssen wir den Nächsten. Hier. Dann kann ich vorweiter... Ich hätte den Bus fast verpasst und habe da vergessen. Hm. Ach so, hier. Klar. Na klar. Moment. Hast verpasst. Ja, ja, ist klar. Unglaublich. 120 Ocken. Jetzt meine. Hm. So. Boah, haben wir viel Zeit hier. Das ist ja unglaublich. Ja. Gut, wir müssen aber auch ein ganz schönes Stückchen fahren, ne? Wenn du da spät dran bist, ist das echt schlecht. Immer geradeaus. Sehr gut. Dann sollte die Busseitestelle jetzt auch gleich aufkreuzen. Nein, du hast eine Fahrkarte. Jeder hat von euch eine Fahrkarte. Das weiß ich, weil ich gerade kontrollieren war. So, die 17. Das ist aber nicht die 17. Wir müssen eine weiter. Also den hier auf keinen Fall. Oh, der fährt schon. Okay. Wir müssen die nächste. Ich überhole den mal eben. Ich weiß nämlich nicht, ob der jetzt hier an die Busseitestelle ranfährt. Ist wieder so eine geile Busseitestelle hier. Hab ich doch. Ich hab doch geblinkt. Ja, wir sind überpünktlich. Andere finden das nicht so geil. Busseitestelle kann ausgebaut werden. Jo, kleinen Moment eben. Wir müssen mal eben schnell ausbauen. Oh, hier auf vier. Fahrkarte, ja. Wir haben genügend Zeit. Ich habe gerade mein Auto verkauft, weil es so viel bequemer ist, mit dem Bus zu fahren. Ja, Glückwunsch. Freut mich. Immer schön Geld bezahlen für Bus. Ja, ja. Das ist schön. Das freut mich natürlich. So. Einmal hier rum. Und einmal hier rum. Und dann fahren wir einmal hier noch rum. Die Busseitestelle ist nicht unsere. Wir müssen weiter. Wir brauchen die 18. Die 18 kommt mit Sicherheit hier irgendwo vorne. Entschuldigung. Würden Sie noch mal die Tür öffnen? Nein. Ich fahre jetzt durch. Ich muss doch kurz warten. Heute steht ja auch noch ein Bus. Oh. Öffne ich doch mal schnell die Tür für den Typen. Gehst du vielleicht mal raus? Danke. Das ist ja unglaublich. Ja, dann haben wir die Strecke abgeschlossen. Da müssen wir nur noch einen Gelenkbus kaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel der kam. Dann werden wir noch mal eine Strecke fahren müssen. Ansonsten ist es eine ganz coole Route. Ich finde. Und wir müssen Greenwood noch auf Stufe 2 erhöhen. Das wird erst möglich sein, wenn wir Greenwood auch anständig abfahren. Das war jetzt das erste Mal abgefahren. Zwei, drei Mal müssen wir die bestimmt noch fahren, damit wir die aufwerten können. Wir haben ja auch nicht alle Bushaltestellen in Greenwood verbunden. Damit wird das aufleveln dort natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir nur wenig Bushaltestellen haben. Das heißt, wir bräuchten die wenigen Bushaltestellen dann wohl auf Stufe 3 oder 4, damit sich das wieder ausgleicht. Sehr schön. Ja, dann haben wir das fertig. Und hier können wir mal ausbauen. Und hier haben wir, wie gesagt, hier unten ist Greenwood. Und Greenwood, die Dinger hier auszubauen, das seht ihr hier mal. Das ist die XP halt. Erhöhet sich immer langsam nach und nach. Dann kriegen wir das auf Stufe 2 zumindest. Dann, ja, noch einmal fahren. Dann haben wir es auf Stufe 2. Dann nochmal fahren. Eventuell auf Stufe 3. Dann müssen wir mal gucken, ob das reicht, um sie im Bezirk auf Stufe 2 zu bekommen. Ja, und da sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sind wir auch schon wieder durch. Die Route ist fertig. Ich lasse mal den Kollegen hier ans Steuer. Und werde jetzt hier nur mitfahren, um zu kontrollieren. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.